Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. In diesem wollen wir uns die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow anschauen. Dazu gehen wir zunächst einige Hintergrundinformationen durch, schauen uns zusammen die einzelnen Stufen an und geben zum besseren Verständnis jeweils einige Beispiele, bevor wir die Bedürfnispyramide dann auf die Arbeitswelt übertragen. Am Ende erklären wir dir, warum du die Pyramide nach Maslow auch kritisch betrachten solltest. Schau dir das Video also auf jeden Fall bis zum Ende an. Viel Spaß! Die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow ist ein sozialpsychologisches Modell zur Kategorisierung von menschlichen Bedürfnissen und Motivation. Sie kategorisiert die Bedürfnisse der Menschen nach Dringlichkeit und schafft auf diese Weise eine gewisse hierarchische Ordnung. Die Bedürfnispyramide besteht aus folgenden fünf Bereichen. Auf der ersten Stufe stehen die physiologischen Bedürfnisse wie Sauerstoff, Nahrung, Wasser und auch Schlaf. Diese Bedürfnisse erachtet Maslow als am wichtigsten. Auf der zweiten Stufe kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Dazu zählen unter anderem Geborgenheit, Schutz, ebenso wie soziale, aber auch finanzielle Sicherheit. Die nächste Stufe umfasst die Sozialbedürfnisse. Hier kann man vor allen Dingen soziale Kontakte nennen. Dazu gehören romantische Beziehungen, genauso wie Beziehungen zu Freunden und Familie. Ebenso nennt Maslow hier das Bedürfnis, zu einer sozialen Gruppe zu gehören. Über den Sozialbedürfnissen stehen die Individualbedürfnisse. Diese unterteilen sich in zwei Aspekte, zum einen sich selbstbewusst und gut in sich selber zu fühlen und zum anderen der Respekt, die Wertschätzung und Anerkennung von unseren Mitmenschen. Die Spitze der Pyramide bildet die Selbstverwirklichung. Gemeint ist hier die Entwicklung eigener Potenziale, sofern alle anderen Stufen befriedigt worden sind. Dieses Merkmal ist ein sehr persönliches und kann für dich ganz anders aussehen als für mich. In der Literatur werden die ersten drei genannten Stufen meist als Defizitbedürfnisse bezeichnet. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, kann es nach Maslow zu negativen physischen oder seelischen Folgen kommen. Individualbedürfnisse und auch der Bereich der Selbstverwirklichung werden als Wachstumsbedürfnisse bezeichnet und sind meist nicht in voller Gänze erfüllbar. Bitte beachtet, dass die Grenzen zwischen Defizit- und Wachstumsbedürfnissen nicht ganz eindeutig definiert sind. So gibt es Quellen, die auch die Individualbedürfnisse zu den Defizitbedürfnissen zählen. Daher stellen wir die Stufe der Individualbedürfnisse hier zweigeteilt dar. Generell lässt sich sagen, dass der Mensch zunächst nach Erfüllung der untersten Stufe strebt. Soweit diese, also die physiologischen Bedürfnisse, gestillt sind, wird nach der nächst höheren Stufe gestrebt und so weiter. Besonders interessant wird das Modell, wenn man es auf die Motivation von Menschen, vor allen Dingen in der Funktion als Mitarbeiter bezieht. Denn sobald eine Bedürfnisstufe dauerhaft befriedigt wird, wirkt sich diese nicht länger handlungsmotivierend aus. Gerade in dem Sozialstaat Deutschland, wo physiologische und Sicherheitsbedürfnisse größtenteils sichergestellt sind, rücken besonders die oberen drei Stufen in den Vordergrund. Übertragen wir die Bedürfnispyramide von Maslow also auf die Motivation von Mitarbeitern. Auf der untersten Stufe steht nun das Überleben. Der Mitarbeiter leistet hier Dienst nach Vorschrift. Er arbeitet, um Geld zu verdienen. Es ist für ihn eigentlich nur ein Job und nichts weiter. Auf der nächsten Stufe kommt wieder der Bereich Sicherheit. Für diese Sicherheit könnte der Arbeitgeber beispielsweise durch feste Arbeitsverträge sorgen. Für eine ausreichende Motivation auf Seiten der Mitarbeiter reicht das allerdings noch immer nicht so ganz aus und die Angestellten arbeiten eher nach dem Motto, naja, Hauptsache ich habe einen Job. Anschließend folgt die Zugehörigkeit. Arbeitgeber können Teamveranstaltungen planen und Teamarbeit einführen. Mitarbeiter sollen das Gefühl bekommen, Teil von etwas Größerem zu sein und dadurch das Engagement im Job steigern. Doch erst mit dem Erfüllen des Bereichs Bedeutung schaffen es die Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter zu motivieren und somit für eine wirklich engagierte Einstellung zu sorgen. So kann es finanzielle Belohnungen bei Erreichen von gewissen Zielen geben oder Lob ausgesprochen werden, sodass bei den Mitarbeitern das Gefühl entsteht, sie tragen einen entscheidenden Teil zum Gesamtergebnis bei. Wenn nun all diese Stufen erfüllt wurden, bleibt der Bereich der Selbstverwirklichung. So können beispielsweise individuelle Trainings oder Weiterbildungen organisiert werden. Mitarbeiter werden auf diesem Wege hoch engagiert und werden es, zumindest der Theorie nach, lieben, für ihren Arbeitgeber zu arbeiten. Was wir allerdings nicht so ohne weiteres lieben sollten, ist dieses Modell nach Meslow. Denn es gibt auch einige Punkte, die durchaus kritisch hinterfragt werden sollten. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Der erste Kritikpunkt besteht in der wissenschaftlichen Methodik nach Meslow. Denn die Person für seine Untersuchung hat er nicht zufällig ausgewählt. Vielmehr hat er sich auf weiße, sehr gebildete Männer konzentriert. Es ist daher fraglich, inwiefern seine Theorie auch auf Frauen und Menschen einer sozial schwächeren Schicht anzuwenden ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist die starke Pauschalisierung. Dabei kommen individuelle Unterschiede zwischen uns Menschen zu kurz. So gibt es zum Beispiel Menschen, die soziale Beziehung vernachlässigen, um sich voll auf die Individualbedürfnisse wie dem Streben nach Erfolg und Macht zu konzentrieren. Wir alle sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Motive. Die Darstellung der Bedürfnisse in Meslows Pyramide ist zwar sehr anschaulich, unserer Meinung nach aber auch etwas zu einfach und pauschalisierend. Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass Meslows Theorie trotz der angeführten Kritik durchaus einen wichtigen Teil zum Wandel der damaligen Zeit beigetragen hat. Dennoch sollten wir auch die kritischen Punkte im Hinterkopf behalten, wenn wir über seine Bedürfnispyramide sprechen. Wenn du dich für weitere Informationen zum Thema Motivation interessierst, dann schau in den Videos vorbei, die wir dir auf der Endcard verlinkt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.